Im letzten Video haben wir gesehen, dass die Stoiker einen universalen Determinismus vertreten. Alle Ereignisse im Kosmos sind kausal determiniert und wiederholen sich unablässig. Kann der Mensch in einem solchen determinierten System frei handeln? Die Stoiker geben hierauf eine Antwort, die wir heute dem Kompatibilismus zuordnen würden. Der Kompatibilismus ist eine philosophische Position, die versucht, menschliche Freiheit und Determinismus miteinander zu vereinbaren. Einerseits sind Stoiker Deterministen. Alle Dinge sind kausal miteinander verbunden. Auch das, was scheinbar ohne Ursache geschieht, hat eine Ursache, die wir nur nicht bemerkt haben. Unter Kausalität verstehen Stoiker die dichte, kausale Vernetzung aller Dinge. Das Schicksal ist ein ganzes System vorausgehender Ursachen. Andererseits hat laut Stoar aber jeder Mensch Verantwortung für seine Handlungen. Dies setzt voraus, dass er frei handeln kann. Aber wie passt das zusammen? Wie kann der Mensch in einem vollständig determinierten Universum frei handeln? Bereits in der Antike wurden die Stoiker mit diesem Problem konfrontiert. Cicero fasst die Kritik wie folgt zusammen. Wenn das Schicksal bestimmt, dass jemand von seiner Krankheit genesen wird, dann wird dies eintreffen, unabhängig davon, ob er einen Arzt konsultiert oder nicht. Diese sogenannte Faulheitsregel kritisiert am Stoischen Weltbild, dass der Mensch in einer vollständig determinierten Welt untätig bleiben und sich faul seinem Schicksal fügen kann. Schließlich ist ohnehin schon alles von Ewigkeit her festgelegt. Diese Kritik an der Stoischen Theorie lässt sich entkräften, wenn man genauer betrachtet, was die Stoiker unter kausaler Interaktion verstehen. Die kausale Interaktion von Einzelkörpern ist nämlich ein Zusammenspiel mehrerer Ursachen. Unterschieden wird dabei zwischen einer äußeren Ursache und einer inneren Ursache. Zitzerohr erläutert diese Unterscheidung an dem berühmten Walzenbeispiel. Eine Walze wird angestoßen und rollt. Die vorausgehende äußere Ursache ist ein Körper, der von außen auf sie einwirkt. Ohne diese Ursache würde sie nicht ins Rollen geraten. Doch die hauptsächliche, innere Ursache für ihr Rollen ist ihre eigene Beschaffenheit, nämlich ihre runde Form. Ein anderes Beispiel wäre ein Blitzeinschlag. Ein Blitz schlägt in einen Baum ein, woraufhin dieser brennt. Die äußere Ursache für das Brennen des Baumes ist die Einwirkung durch den Blitz. Die innere Ursache jedoch ist die Beschaffenheit des Baumes, nämlich dass er aus brennbarem Holz besteht. Und was hat all das nun mit unseren Handlungen zu tun? Auch bei unseren Handlungen gibt es zwei unterschiedliche Ursachen. Die äußeren Ursachen für unsere Handlungen sind Körper, die von außen auf uns einwirken. Auch menschliches Handeln wird durch äußere Ursachen ausgelöst. Die innere Ursache jedoch liegt in unserem Charakter, unserer eigenen inneren Verfassung. Unser Charakter ist die maßgebliche Ursache dafür, dass wir auf die äußeren Körper auf eine bestimmte Weise reagieren. Wie ein Mensch handelt, hängt maßgeblich von seinem Charakter ab, also davon, wie er ist und wie er auf äußere Eindrücke reagiert. Vom Charakter eines Menschen, genauer von seiner Tugend oder Schlechtigkeit, hängt ab, welche Überzeugung er bildet und welche Handlungen er wählt. Nehmen wir einmal ein alltägliches Beispiel. Katja fährt mit dem Fahrrad ins Freibad, als sie plötzlich eine Gewitterwolke am Himmel entdeckt. Sofort kehrt sie um und fährt schnell zu Max, der ganz in der Nähe wohnt. Ist die Gewitterwolke die Ursache dafür, dass sie umkehrt und schnell zu Max radelt? Ja, sagen die Stoiker, die Gewitterwolke ist ein Körper, der auf Katja einwirkt. Doch sie ist nur die äußere Ursache. Die innere Ursache liegt in Katja. Sie muss den Vorstellungen zustimmen, dass ein Gewitter aufzieht, dass man nun vorsichtig sein muss und dass es daher sinnvoll ist, nicht ins Freibad, sondern an einen sicheren, überdachten Ort zu radeln. Ob und wie Katja diese Überzeugungen bildet, entscheidet nicht die Wolke. Die Entscheidung hängt von Katja ab, genauer gesagt von ihrem Charakter beziehungsweise der Beschaffenheit ihrer Seele. Der Mensch kann laut Stoiker im Gegensatz zum Tier frei und selbstbestimmt handeln. Dazu befähigt ihn seine Vernunft. Er kann den von außen kommenden Vorstellungen seine Zustimmung entweder erteilen oder verweigern. Er kann durch seine Vernunft prüfen, was ihm von außen vorgegeben wird und dann entscheiden, ob er der Vorstellung zustimmt oder sie zurückweist. Jede menschliche Handlung beinhaltet diesen Schritt der Zustimmung. Die Zustimmung führt zu einer Überzeugung, diese wiederum zu einem Handlungsimpuls und dieser zur eigentlichen Handlung. Der Schritt der Zustimmung unterscheidet menschliches Handeln von tierischem Verhalten. Das Tier reagiert rein instinktiv, ohne Prüfung durch die Vernunft auf von außen kommende Vorstellungen. Auch Menschen handeln teilweise affektiv, doch dieses Handeln ist ebenfalls durch die Vernunft bestimmt. Denn Affekte sind laut Stoiker kognitive Urteile. Ein Mensch hat, wenn er seinen Affekten folgt, einer falschen Vorstellung zugestimmt. Die Zustimmung liegt immer in der Kontrolle des Menschen. Daher ist der Mensch laut Stoiker im Unterschied zum Tier verantwortlich für seine Handlung. Was bedeutet das konkret? Ich kann nicht kontrollieren, ob ich gesund bin oder nicht, wohl aber, wie ich mit meiner Krankheit umgehe. Ich kann nicht kontrollieren, ob ich beleidigt werde oder nicht, wohl aber, ob ich wütend auf die Beleidigung reagiere. Ich kann als Mensch stets mit meiner Vernunft entscheiden, ob ich einer äußeren Vorstellung zustimme oder nicht. Wichtig hierbei ist, auch der Mensch hat nicht die Möglichkeit, zwischen gegensätzlichen Handlungen zu wählen. Alles, was im Universum geschieht, ist kausal vorherbestimmt. Ob der Mensch aber seine Zustimmung gibt oder nicht, liegt in seiner eigenen Kontrolle. Wie sich ein Mensch äußeren Vorstellungen gegenüber verhält, hängt von seiner inneren Verfassung, seinem Charakter ab. Für diesen wiederum ist er selbst verantwortlich. Somit hat ein Mensch laut Stoiker die Verantwortung für sein Handeln, selbst wenn er nicht anders handeln kann. Freiheit und gleichzeitig das höchste Ziel des Menschen ist laut Stoiker, tugendhaft zu handeln und sein vorherbestimmtes Schicksal zu akzeptieren. Das Verhältnis von Mensch und Schicksal erklärt Krusepp mit dem Bild von einem Hund, der in einen Wagen festgebunden ist. Der Hund kann entweder freiwillig mit dem Wagen mitlaufen. Seine frei gewählte Handlung stimmt dann mit der vom Schicksal bestimmten Notwendigkeit überein. Oder er läuft nicht mit und wird gewaltsam vom Wagen mitgeschleift. Auch der Mensch kann sich seinem Schicksal nicht widersetzen. Er wird, ob er will oder nicht, gezwungen, dem zu folgen, was das Schicksal vorherbestimmt hat. Unsere Entscheidungen können aber die Art und Weise beeinflussen, wie das vom Schicksal vorherbestimmte Ergebnis eintritt. So schreibt Seneca, Der tugendhafte und weise Mensch akzeptiert sein Schicksal und damit die von der göttlichen Weltvernunft vorherbestimmten Ereignisse. Er wünscht, dass die Dinge so geschehen, wie sie geschehen. Nur auf diese Art und Weise ist ein glückliches Leben möglich. Widersetzt sich der Mensch jedoch dem göttlichen Logos und akzeptiert sein Schicksal nicht, dann scheitert er und wird, wie der am Wagen festgebundene Hund, mitgeschleift. Ob ein Mensch den äußeren Vorstellungen zustimmt oder nicht, liegt an seinem Charakter. Dieser ist entweder tugendhaft oder nicht. Der wahrhaft tugendhafte Mensch kann nicht anders handeln als gut. Er kann nicht schlecht handeln oder etwas Falsches tun. Die Tugend eines Menschen sorgt laut Stoir verlässlich dafür, dass dieser tut, was er tun soll. Sie ermöglicht es dem Menschen, gut zu leben. Obwohl Gott bzw. die göttliche Vernunft jede unserer Handlungen kausal bestimmt, ist moralisches Handeln möglich. Tugend wird verstanden als eine Vollkommenheit unserer Natur. Die besondere Natur des Menschen ist seine Vernunft. Der Mensch handelt als vernünftiges Lebewesen, also dann tugendhaft, wenn seine Handlung vernünftig gerechtfertigt werden kann. Und es können nur Handlungen vernünftig gerechtfertigt werden, die im Einklang mit der Natur und damit mit dem von der göttlichen Weltvernunft vorherbestimmten Schicksal stehen. Umgekehrt handelt ein lasterhafter Mensch unvernünftig. Er versucht sich der Natur und seinem vorherbestimmten Schicksal zu widersetzen. Tugenden sind Charaktereigenschaften, die uns dazu veranlassen, richtig zu handeln. Laster sind Charaktereigenschaften, die uns dazu veranlassen, falsch zu handeln. Selbst wenn jede Handlung kausal determiniert ist, gebietet die Vernunft richtige Handlungen und verbietet falsche. Wir können auch in einer kausal determinierten Welt begründen, warum lasterhafte Handlungen irrational und moralisch falsch und warum tugendhafte Handlungen rational und moralisch richtig sind. Sowohl der tugendhafte, weise Mensch als auch der lasterhafte Narr sind für ihre Handlungen verantwortlich. Die Handlungen jedes Einzelnen sind nämlich das Ergebnis ihrer Zustimmung. Diese wiederum steht unter ihrer Kontrolle. Wirklich frei ist aber nur der Weise. Epiktet vergleicht den lasterhaften Menschen mit einem Sklaven, der unter dem Joch lasterhafter und schädlicher Begierden steht. Auch Marc Aurel vergleicht den Narren mit einer Marionette, die von irrationalen Impulsen hin und her geschoben wird. Leidenschaften, Ängste und Begierden beeinflussen den gewöhnlichen Menschen und bringen ihn in eine direkte Abhängigkeit von äußeren Umständen. Durch diese Abhängigkeit kann er seine eigene Freiheit nicht realisieren und wird zum Sklaven seiner Umstände. Dadurch wird er unglücklich. Grund für dieses Unglück ist sein Nichtwissen. Der Unwissende handelt laut Stoa dem göttlichen Logos zuwider. Er verfolgt Ziele und Wünsche, die er nicht realisieren kann und die ihm demzufolge Enttäuschung und Leid bringen. Der Narr wird von Wünschen und Überzeugungen beherrscht, die seiner Natur als vernunftbegabtes Wesen entgegenstehen. Die rechte Vernunft gebietet alle tugendhaften Handlungen und verbietet alle lasterhaften Handlungen. Nur der Weise ist frei von diesen naturwidrigen Wünschen und Überzeugungen. Nur er lebt im Einklang mit der Natur und mit sich selbst. Möglich wird diese Freiheit durch Wissen. Der menschliche Logos ist so lange in seiner Entwicklung unvollkommen bzw. im Irrtum, solange er nach Gütern strebt, welche nicht absolut in seiner Macht stehen. Der Stoische Weise beurteilt jede Situation danach, ob er sie beeinflussen kann oder nicht. Er konzentriert sich auf die Dinge, auf die er Einfluss hat und die relevant sind. Von allen anderen Dingen macht er sich emotional frei. Der weise und damit tugendhafte Mensch akzeptiert die Ordnung des Kosmos, seine eigene und die kosmische Natur und widersetzt sich nicht dem vorherbestimmten Schicksal. Obwohl die Stoiker ein deterministisches Weltbild haben, in welchem alles von Ewigkeit her festgelegt ist, sind Menschen frei und können für ihr Handeln verantwortlich gemacht werden. Freiheit besteht für die Stoiker aber nicht darin, dass wir uns in jeder Situation auch anders verhalten könnten. Wenn sowohl mein Charakter als auch die äußere Ursache dieselbe ist, werde ich unweigerlich immer dieselbe Handlung ausführen müssen. Allerdings sind wir für unseren Charakter verantwortlich und sollen ihn stets verbessern. Wie der Mensch seinen Charakter verbessern und tugendhaft handeln kann, erfährst du in den nächsten Videos dieser Reihe. Mit dem Quizlet-Lernset Stoa-Weltbild kannst du dein Wissen jetzt vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!